Was hast du gedacht, dass du bei der Bahn? Wir beide dachten, dass du Skiluft bist. Ja, Mann. Also, nein, ist das so? Wie? Ich dachte so, das wäre unser Umfeld ein ganz langes Zeit. Auf zwei Stunden? Ja, alle gehen so rein. Ja, hab ich auch gedacht. Ich denke, dass die Luft.